Tatsächlich bewogen hat mich eine persönliche Mail von Guido Quelle, der geschrieben hat, ich glaube, Sie sollten dieses Jahr mal dabei sein. Und da hat er ein ganz dünnes Eis gebrochen bei mir, weil ich schon ganz lange eigentlich diese Aktivitäten verfolge und mich sehr gefreut habe, dass dieser Ping jetzt kam. Ich habe gesagt, jetzt mache ich es auch. Ich hatte zwei, drei wirklich sehr gute Inputs und Pings. Mir hat der Vortrag von Ritter Sport sehr gut gefallen. Insbesondere, dass unter so einer traditionellen Schokoladenfertigung das Thema Agilität und Scrum eine große Rolle spielt und so etwas wie Open Space Arbeiten auch eine Rolle spielt. Und ich fand auch die Blickwinkel von der Susanne sehr interessant, die über Leadership ging. Da waren gute Punkte dabei, die einen immer wieder inspiriert haben. Also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich kenne einige Geschäftsführer bei meinen Kunden, wo ich sagen würde, Mensch, das wäre interessant, dass ihr euch hier austauscht. Hier sind Themen, die euch auch vielleicht betreffen könnten. Thema Musik Untertitelung des ZDF, 2020